Seid gegrüßt Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Revelation, hier ist euer Don. Willkommen liebe Gaming-Freunde. Wir sind hier im kässerlichen Bezirk und wir gehen hier auf eine weitere Sophie-Erinnerung zu. Und der ist einfach abgehauen. Der Mädchenturm, beschaffen Sie sich den Massif-Schlüssel ohne ins Wasser zu fallen. So, wie immer suchen wir hier mal... Das war ziemlich einfach, das wird dieser Punkt hier sein. Schauen wir mal kurz, ob es hier noch was gibt. Ne. Ja, das ist nicht allzu schwierig. Ich denke auch hier wird jetzt hier den Universal-Schlüssel nehmen. Ich hoffe, dass es nicht zeitgebunden ist. Dann müssen wir uns das doch... Huch! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier haben wir den nächsten Schalter, der wird auch wieder zeitgebunden sein. Ich denke ein bisschen hier rauf. Ja, das war nicht so gedacht. Ja, ich könnte Knopf werden. Ja, das war nicht so. Ja, das war nicht so. Die nächste Plattform ist hier. Die nächste Plattform ist hier. Das haben wir gut geschafft. Das wird uns die letzte Plattform sein. Die nächste Plattform ist hier. Das 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 ist hier.